Was mache ich mit diesem Eis in diesem Eisbad? Also das ist wirklich, die ganze Wand ist ungefähr so dick eingefroren, einmal drumherum. Und ich hatte schon Angst und Sorge, dass ich da überhaupt gar nicht reinpasse. Ich musste mit dem Hammer das alles freiklopfen. Ging nicht anders, aber ich habe es geschafft. Ich bin über zwei Minuten drinnen geblieben. Wie lange genau? Bleib dran und guck es dir an. Wir schauen mal, wie kalt tatsächlich es wird. Ich bin mal gespannt, aber ich denke mal, es wird wieder bei 0 Grad sein oder minimal im Minusbereich liegen. Wie gesagt, schön, Minus 0,1, das reicht. Keine andere Wahl, ich muss es tatsächlich so machen. Alles dicht, sonst kann ich heute mal nicht rein. Das ist heftig. Es geht hier weiter Tiefereien und das ist alles an der Wand richtig festgefallen. Ich bin mal gespannt, wie es da drin aussieht. Auf geht's. Ich bin halt in der Wand. Das war's für heute. Das war's für heute.